Hallo, mein Name ist Stefan Wolfsteiner und ich bin Global Product Manager für Kommunalfahrzeuge bei Rosenbauer. Heute stelle ich Ihnen die integrierte Umfeldbeleuchtung der Rosenbauer Fahrzeugflotte als Teil des ganzheitlichen Lichtkonzeptes vor. Helligkeit schafft Sicherheit für die Mannschaft. Um auch bei Dunkelheit perfekte Arbeitsbedingungen zu bieten, setzt Rosenbauer auf eine integrierte Umfeldbeleuchtung mit LED-Beldern über alle Baureihen hinweg. Dieses umfassende Lichtkonzept findet sowohl beim AT, CT, ET, MT und RT in der Dachgalerie Platz. Die Hochleistungs-LEDs bieten eine blendfreie Umfeldbeleuchtung ohne Schattenbildung für den nahen und fernen Bereich des Fahrzeuges und machen in vielen Fällen das Aufstellen eines herkömmlichen Lichtmasses überflüssig. Die Umfeldbeleuchtung bietet perfekte Lichtbedingungen rund um das Fahrzeug. Die Bedienung erfolgt über das RBC Logic Control System des Fahrzeuges. Nah- und Fernumfeldbeleuchtung können separat mittels Tastendruck eingestellt werden. Neben der Beleuchtung in der Dachgalerie bieten auch die LED-Bänder in den Geräteräumen eine zusätzliche Lichtquelle für eine optimal ausgeleuchtete Arbeitsumgebung. Die optische Warnenrichtung über die gesamte Aufbaulänge erhöht die Sichtbarkeit des Einsatzfahrzeuges. Die Fahrzeuge sind vorne und hinten mit LED-Scheinwerfern ausgestattet, die für eine flächige Ausleuchtung des gesamten Arbeitsbereiches sorgen. Der CT-Frame bietet auch in der Heckkonsole eine integrierte Umfeldbeleuchtung. Am besten überzeugen Sie sich von den Vorteilen der Umfeldbeleuchtung direkt bei einer Vorführung vor Ort. Nähere Informationen finden Sie auf www.rosenbauer.com